Heute gibt es noch ein kurzes Video. Ich bin mein neues Ziel. Was ich neu gedesignt habe, ein bisschen ausprobieren. Dazu habe ich noch eine Karte aufgehängt. Schießen heute von 88 Metern mit Scopecam. Schauen wir, wie es funktioniert. Daran bleiben! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 . . Ja, das ist gut. Jetzt haben wir es gekauft. Untertitelung des ZDF, 2020